Was nützt die beste Corporate Identity? Was die tollsten Produkte, die kreativste Werbung, wenn die Kunden die Marke dahinter nicht wiedererkennen? Was nützt Ihnen als Grafikdesigner das Wissen um die Macht guten Corporate Designs, wenn Sie es nicht verkaufen können? Die Notwendigkeit nicht erklären, die Kosten nicht kalkulieren, ihre Leistung nicht schützen. Und woher wissen Sie als Auftraggeber, was so ein Corporate Design umfassen soll, worauf es zu achten gilt, was es kosten darf? HGB Leipzig Professor Rayan Abdullah gibt Hilfestellung in diesem schwierigen Gebiet. Als langjähriger Designer und durch seine Erfahrung mit seiner Firma Markenbau kann er anschaulich mit Praxisbeispielen das Thema veranschaulich.